Guten Tag, liebes Publikum, liebe Freundinnen und Freunde des Theaters in Bochum und überall. Irgendwas ist anders? Ja, es ist ein neuer Tag. Ich habe was anderes an. Genau, ich kann es nicht verbergen. Ich lese heute, mein Name ist Sandra Hüller, ich lese heute für Sie den zweiten Teil von Lucrez über die Natur der Dinge, nicht das ganze Werk. Das er 55 vor Christus geschrieben hat. Gestern haben wir darüber gesprochen, dass nichts aus nichts wird und heute sprechen wir darüber, dass nichts zu nichts wird. Lucrez, nichts wird zu nichts. Mutter Natur zerstreut alles in die Urelemente und nichts wird in das Nichts vernichtet. Denn wäre irgendein Wesen in allen Teilen zerstörbar, wird es den Augen entschwinden im Nu, sobald es der Tod trifft. Denn dann braucht es ja keiner Gewalt, die Teile desselben auseinanderzuscheiden und ihre Verbände zu lösen. Doch nun ist ja ein jedes aus ewigem Samen entsprossen. Darum scheint die Natur die Vernichtung keines der Wesen zuzulassen, solange nicht von außen zerstörend die Kraft wirkt oder ins Leere sich schleichend von innen die Bindungen lockert. Weiter, wenn etwa die Zeit, was sie alt und entkräftet dahin rafft, völlig vernichtend träfe und gänzlich verzehrte den Urstoff, woher führte denn Venus die Gattungen lebender Wesen wieder zum Licht? Und woher verschaffte die Bildnerin Erde jeden nach seinem Geschlechte das Futter zu Nahrung und Wachstum? Woher füllten das Meer die von fern her strömenden Flüsse wie auch die eigenen Quellen? Wie nährte der Äther die Sterne? Müsste doch längst, was immer aus sterblichem Körper besteht, in der unendlichen Zeit und Vergangenheit alles erschöpft sein? Wenn nun in jener Zeit und den längst vergangenen Tagen jene Stoffe bestanden, aus denen die Welt erschaffen, müssen sie sicher besitzen ein unzerstörbares Wesen. Also kann in das Nichts auch das Einzelne nimmer zerfallen. Nichts wird also zu nichts, sondern löst sich hin wiederum, wenn es zur Trennung kommt, in des Urstoffs Grundelemente. Die Regenergüsse verschwinden zwar, wenn sie der Vater Äther zum Mutterschoße der Erde befruchtend hinabschickt, aber empor steigt schimmernd die Frucht und das Laub an den Bäumen grünt und sie wachsen empor, bald senkt sich der Ast vor den Früchten. Hiervon nähren sich wieder der Menschen und Tiere Geschlechter. Hiervon sehen wir fröhlich die Kinder gedeihen in den Städten und in dem Laubwald hört man der jungen Vögel Gezwitscher. Hiervon strecken ermüdet die feisten gemästeten Rinder nieder den Leib in das üppige Gras und aus strotzenden Eutern fließt ihr schneeweiß milchiger Saft. Hier trinkt nun das Jungvieh und von der Milch wie berauscht, die den zarten Kälbchen zu Kopf steigt, spielen sie schwankenden Schrittes wie toll durch das sprossende Gras hin. Also von dem, was man sieht, geht nichts vollständig zugrunde. Denn die Natur schafft eins aus dem anderen und duldet kein Werden, wenn nicht das einen Geburt mit dem Tode des anderen verknüpft wird. Bis bald.